Ich komme eigentlich aus Hilden, von Hilden nach Düsseldorf eigentlich 15 Minuten, habe über eine Stunde gebraucht. Und jetzt hoffe ich mal, dass er jetzt wirklich kommt, dass ich pünktlich in Düsseldorf bin und von da aus auch pünktlich wieder nach Hilden komme. Ansonsten geht mir das echt auf die Nerven, ja. Eigentlich gar nicht, außer dass ich gesehen habe, dass es ein Halt entfällt meines ICEs in Essen. Deswegen bin ich nach Duisburg gefahren, um den ICE dann gleich hier zu nehmen. Ich bin heute schon fünf Stunden unterwegs, nur wegen Verspätungen. Von Rees bis Greffelt muss ich. Ja, leider. Und zwar fliege ich jetzt nach Alanya, sorry. Und ich glaube, ich komme so 20 Minuten verspätet an, wenn der Zug quasi eine halbe Stunde später ankommt. Das Flugzeug bekommen Sie aber noch? Ja, hoffentlich. Ungefähr eine Stunde. Aber Gott sei Dank habe ich mein Buch. Ich bin seit, Moment, 10.14 Uhr unterwegs. Und war ungefähr so 20 bis 25 Minuten Verspätung jetzt auf dieser Strecke zwischen Mülheim und Duisburg.